Jo hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir uns mal die vierte kommende Map anschauen in Valorant. Was das wohl sein mag, wie die aussehen würde und welcher Namen sie haben wird, das schauen wir uns jetzt an. In Valorant haben ja alle Maps irgendwie zwei Namen. Haven hat auch den Namen Triad, Split hat den Namen Bonsai und Bind hat noch den Namen Duality. In der Vergangenheit ist öfter auch mal der Name Ascent aufgetaucht, aber bis jetzt haben wir noch keine Map dazu gesehen oder ähnliches. Es gibt schon länger die Vermutung, dass Ascent vermutlich Venice sein wird oder also in Venedig spielen wird. Was dafür sprechen würde, schauen wir uns aber gleich nochmal an. Valorant selbst hat vor einer Zeit selbst ein Teaser-Video hochgeladen, wo man einen Teil von der Map sieht. Und warum ich mir jetzt so sicher bin, dass das Venice ist bzw. dass das Ascent ist, schauen wir uns mal kurz die Leaks an, die gemacht wurden. Und zwar hat ein Reddit-User alle Texturen herausgefunden, die auf der neuen Map sein werden. Da sehen wir hier anfangs ein paar Gerüste, nichts Besonderes, irgendwelche Bausachen, dann ein paar Segel, so Stofffetzen. Und dann sieht man auch diese Schiffe, die sehr, sehr typisch für Venedig sind. Und halt noch viel mehr Kleidung, die dann wohl irgendwie aufgehängt werden. Genauso wie Pizza-Kartons, wir sehen ein bisschen was von den Texturen, von den Wänden, so in welche Richtung das ungefähr geht. Und ja, in diesem Teaser-Video sieht man schon Teile von der Map, weil man geht sehr stark davon aus, dass das diese Map ist, weil es ist nun mal sehr wahrscheinlich Venedig, was man hier sieht. Man sieht es an den Schiffen, was heißt Schiffen, an den Booten eher, an diesen Anbindungsfosten. Und von dem ganzen Style her erinnert das sehr an den Props, die jetzt da reinkommen, also an den Texturen, die wir geleakt bekommen haben. Ich meine, es gibt hier einen Pizzakarton, ja, es gibt einen verdammten Pizzakarton, wo sollte woanders ein Pizzakarton rumliegen, wenn nicht in Italien. Also es spricht sehr für Italien und dann halt dementsprechend für Venedig. Die Sprache auf den Texturen ist auch auf Italienisch, wir haben eine Weinflasche da vermutlich für irgendwelche Restaurants, die da dann sein werden oder irgendwelche Läden. Also es spricht alles dafür, dass sich hier Eszend um Venedig handelt, um Venedig. Außerdem wurde auch in den Texturnamen Venedig der Name gefunden, also von daher kann man sehr stark davon ausgehen, dass das in Venedig spielen wird, die Map. Und daher kann man sehr stark davon ausgehen, dass das ungefähr so aussehen wird. Dazu wurde auch ein Bild geleakt, was in den Dateien gefunden wurde. Es ist vermutlich der Hintergrund im Loading Screen, wenn man auf die Map draufjoint. Da ist ja mal unscharf im Hintergrund dann so ein Bild. Das wird vermutlich das hier sein, weil da in den Text weiß was von BG, also vermutlich Background drin steht. Ja, das wird vermutlich dann ungefähr auch so, wie wird die Map dann aussehen. Was aber interessant ist, ist, dass jede Map irgendwie ja eine Besonderheit in Valorant hat. Haven hat drei Bombspots, dann haben wir Split, da haben wir diese Seile, an denen wir hoch und runter klettern können. Und dann haben wir noch Bind mit den zwei Teleportern. Dann ist natürlich jetzt die Frage, was wird es bei Venice bzw. Eszenz sein. In den Dateien hat man eine Karte gefunden, bzw. hat man drei Karten gefunden von der Minimap. Einmal eine normale, dann eine Danger Zone Karte und dann nochmal eine Müllkarte, Trash Karte wird sie genannt. Und man weiß jetzt nicht genau, was das heißt. Ich muss jetzt als erstes so an, hab so Battle Royale Flashback schon wieder bekommen, dass die Map sich eventuell verkleinert oder so. Das denke ich aber nicht, weil zufälligerweise wurden auch Granaten und Tränengas Models geleakt. Und jetzt habe ich zwei Vermutungen. Entweder hat die Map irgendwas damit zu tun und man kann irgendwie Tränengas irgendwo freisetzen an bestimmten Orten, an bestimmten Räumen und so weiter. Oder die Map flutet sich mit der Zeit, weil wir müssen überlegen, wir sind in Venedig. Venedig sind überall Flüsse, überall ist Wasser. Und wenn, sagen wir mal, irgendwo das Wasser steigt, blockiert das Wege eventuell. Und dadurch verändert sich die Map und heißt dadurch dann halt Danger Zone, weil, keine Ahnung, unsere Charaktere, wir können nicht schwimmen und kommen da nicht durch. Oder ertrinken, weil Räume geflutet werden oder so. Also irgendeine Besonderheit wird diese Map haben. Vor allen Dingen, es sind drei Minimap-Karten geleakt worden. Und wenn man überlegt, dass dann noch die dritte Karte ist, die irgendwas mit Trash heißt, heißt es vermutlich, dass nach einer gewissen Zeit dieser Raum oder dieser Part von der Karte auch nicht mehr begehbar ist oder irgendwie Schaden macht. Gehe ich mal stark davon aus. Das sind ja alles nur wilde Vermutungen. Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Hier ist alles rein hypothetisch. Hier ist nichts offiziell bestätigt. Also alles, was hier jetzt in dem Video gesagt und gezeigt wird, könnte passieren, aber könnte genauso gut auch nicht passieren. Das sind alles nur Leaks und nichts offiziell bestätigt. Von daher würde ich das jetzt alles nicht zu sicher nehmen. Aber man kann ja trotzdem mal spekulieren und sich die Sachen anschauen, die man hier zur Verfügung hat. Weil wenn man sich die dritte Map nochmal anschaut, die ist halt extrem unscharf oder kaputt. Man erkennt keine Strukturen mehr. Das könnte jetzt entweder, entweder könnte es Wasser sein, was halt das so ein bisschen unscharf macht und dass man halt nicht mehr den Boden sieht, also die Karte nicht mehr sieht, weil sie halt geflutet wurde. Oder naja, irgendwo wurde Gas ausgesetzt. Ja, also wie gesagt, ich habe entweder die Theorie, dass da irgendwas mit Gas passiert oder halt irgendwie was mit Wasser. Wenn man sich die Maps auch nochmal anschaut so ein bisschen, da sind so, ich weiß nicht, irgendwie auf dem Boden sind so kleine Kreise, wie irgendwie, die sehen aus wie so kleine Gullideckel oder so, wo ich mir halt vorstellen könnte, dass da dann eventuell Wasser rausgepumpt wird. Und irgendwie die Map teilt oder Teile von der Map, ähm, ja einfach flutet und nicht mehr Begeber macht. Und dann gibt es noch eine weitere, neben dem Map-Leak und dem Granaten-Leak gibt es noch was weiteres und zwar ein neuer Waffen-Leak. Und zwar wird uns vermutlich, ich weiß nicht, ob mit dem Map-Release oder davor, danach, wird uns vermutlich auch eine Uzi begrüßen. Ja, es gibt, äh, Models, wie ihr hier seht, von der Uzi, äh, die vermutlich dann auch früher oder später kommen wird. Ja, auf jeden Fall, eine neue Waffe ist immer cool, macht immer Spaß, neue Waffen auszuprobieren. Und, ähm, ja und ich freue mich einfach, dass da so viel neuer Content immer mehr und mehr dazukommt. Äh, das braucht das Spiel und das macht die Entwickler genau richtig. Und ich kann es kaum abwarten, auf der Karte endlich zu spielen. Ja, und dann kommt noch morgen, also wenn das Video rauskommt, heute vermutlich, ähm, oder ist schon wahrscheinlich online ranked. Und dann freue ich mich umso mehr ranked auf, äh, allen möglichen Karten zu spielen und da neue Sachen rauszusuchen, neue Strategien und neue Tipps und Tricks für euch. Also, wir kriegen neue Granaten, wir kriegen eine normale Granate und wir bekommen eine Gasgranate. Wir bekommen eine neue Waffe, eine Uzi und wir bekommen eine vierte Map in Valorant namens Ascent, die vermutlich Venice heißen wird und auch dort spielen wird. Ja, ich freue mich drauf, das wird mega. Äh, und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao!